was man da runtergescrollt hat ja ist extrem übel ich verarbeite mal die dornen chakram kannst du erstellen erstellen was ist das denke wohl war für einig das jojo ok ok boomerang ok ja ich stelle mal die ganzen waren her die wir noch können und die dschungleusen erhöhen das mana cool stellen mal noch eben alle bauen und so herr kann die eisenrichtung nicht wegwerfen so müssen wir noch die sportung geben da kann ich dir auch ein schuhe herstellen ja sport kommt zuvor hier hast du sie hier cool dschungelhose die haben 66 rüstung coole sache ich freu peitsche ah das ist ein greif hacken was sollt mir denn herstellen weiß ich nicht du hast es gerade gemacht vielleicht probier mal habe gar keinen platz war ok wie ich mal das ist ewig lang will mit kieff nee aber du brauchst auch eine was braucht die ich kann gleich noch mal schauen 12 dschungelspuren und 31 also und drei reden oder was ja ich habe nur noch eine ich habe eine rebe nein uns fehlt eine rebe ich kann ja mit diamanten eine herstellen stimmt die sehe noch besser als er noch länger zumindest aber hat halt nicht den style ja das ist doch cool das passt doch dann haben wir beide was besseres das ist schon mal cool die diamanten warten die restlichen jemanden müssten in der kiste sein in der kiste ja in einer der kisten in der ganz rechts ja ganz rechts und eigentlich rein nochmal ja ich glaube erze und diamanten hauptsächlich also alles was so irgendwie sinnvoll zum herstellen ist glaube ich habe ich da mal so schnell reingepackt das ganze alchemie zeugs was ich glaube dass alchemie ist habe ich hier reingetan in die mittlere haben wir ja gesagt schau zwar auch noch einmal über die ganze rechte truhe mit der maus ah ja erz und edelsteine sehr schön ist dann schreibt die tun perfekt aber jetzt muss ich noch rein wenn jemand ja darfst du ausnahmsweise wo sind diamanten rechts oben naja jetzt zeig mal deinen haken deinen kleinen hat das ding range dann ist noch cool dies halt so mr tentakel dies genau dies richtig gut für mich ich bin eh so ein movement loser gibt man keine kurz vor dem aufbrall die wolke benutzen dann kriegt man gar keinen fall schaden naja kann man sich auf den dingen auch hin und her bewegen ich glaube nicht oder das ist ein bisschen das problem aber die efe ist auch nicht schlecht von der range aber die hat auch nachteile muss man gerade wie ich gerade sehe kommen da zum beispiel kaum rüber weil ich da immer fest hänge was war das aber die hat schon style komm mal muss man schauen ich bin so wie ein spinnengetier ja deine hat etwas mehr range glaube ich als meine aber auf jeden fall nice ja nee ist klar ich geb dir gleich komm mal her mach mal ähm peitschenvergleich okay ja so viel um ist nicht auf drei eins ja bleib stehen bleib stehen warte 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 1 2 3 1 2 3 naja verzögerung ja aber dann ist etwas länger minimal ja aber passt und wir sollten ja noch diamanten finden mal schauen wie ich mit der zurechtkomme in den höhlen glaube ich die ist die vielleicht gar nicht so schlecht ich muss mal nach nachlesen vielleicht kann man die auch so benutzen als wäre sie eine normale peitsche achte schande was denn was hast du gemacht verdammt das wollte ich nicht was hast du gemacht ja gravitations posten oder was hm 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 und ich hab auch noch aus Versehen bei die getrunken hm dazu sag ich jetzt nichts hm 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 haben noch barren verschiedenste waren du hast sicherlich auch noch bauen ja ich würde interessieren was wir da noch schönes herstellen können das ist war irgendwie sind mir dämonit barren abhanden gekommen oder ich hatte wahrscheinlich nur so wenig erz dass ich nur einen barren herstellen konnte jetzt kann ich noch einen zweiten kraften wie nur so wenig dämonit gefunden immer nicht ja und wenn nur wenige von schon okay ich habe meine barren auch eingepackt haben 35 platinum waren da geht was schon mal da kann man sich ja noch was herstellen ich glaube 30 oder so brauchen die rüstungsteile stellen wir noch den einen dämonit waren her ja noch aber wir haben noch mehr erz hier drin ja märz was für latinum ich habe auch noch das einfach reingepackt ja das war wahrscheinlich ich habe auch noch zwei waren oder erz aber auch noch silbererz und eisenerz und kupfererz das muss ich mal jetzt noch verbauen das mache ich jetzt gleich ich hab mal das ich frage mal dass sie noch rein ich habe noch amethysten ach falsche truhe ich will es in diese richtung ich krafte mal das ganze eisen zeugs noch und so kann noch in die mani bahn herstellen der braucht nämlich frei so wie ich es jetzt gesehen habe silber 44 platinum ok da geht noch was auf jeden fall würde ich behaupten lasse ich mal noch das zeug reinpacken so ich habe tungsbar ich habe eisen fahren ach ich packe sie mal in die falsche richtung dann noch drei silber waren und wir haben drei dämonit bauen mal schauen ob man daraus was herstellen kann angsten ist nicht gut ok ich glaube in den drei dämonit bauen können wir noch nichts herstellen das ist auch irgendwie klar das ist zu wenig platinum chainmail 6 abwehr ok also meine hat auch 16 könntest du haben ok ja wenn du willst was könnten wir denn noch mit platinum herstellen nur noch waffen oder und wir haben bei den schwert wir haben beide eine platinum hacke nein ich habe keine platinum hacke ok dann so habe ich habe eine silber hacke erreicht uns eine theoretisch sind so soll ich mir zu zweit unterwegs wäre aus dem daher wäre vielleicht die rüstung gar nicht schlecht und was hast du da jetzt momentan oder silber hat drei oder so wahrscheinlich hier vier ok das mache ich wenn es ok wird schon sagen jeden fall weil rüstung ist momentan unser größtes problem wie hätte ich hätte hier noch drei silber bauen falls die dir irgendwas bringen aber ich mache mir noch eine silberaxt der silber ist oder so ja nicht mehr wirklich brauchbar eine axt zum bäume fällen ja ja genau doch sinn mal was könnte mir aus silber sonst noch nichts mehr tolles wo ist unsere ramstruhe ich habe das so ein höhlenforscher trank ich habe schon wie viele tun ja der größte teil besteht aus ramsch ich habe noch etwas gefunden ok herstellen muss sich das sieht cool aus und dispenser das war der honey dispenser ok ich sollte immer hier nebenbei ich habe noch eine weinrebe die muss ich nach irgendwo hin sortieren ok ich habe nicht schon glassa wo ich habe hornissen stachel ich packe die hornissen stachel wo soll wir die hinpacken ich habe noch 90 wir haben neun stück stadt ja auch neun ich habe ich habe noch vier sporen gefunden ich habe auch sechs in der alchemie truhe können wir noch was herstellen damit ok ich packe mal das zeug in die crafting truhe das glaube ich ist dort besser aufgehoben als sie in der alchemie truhe weil es irgendwie falsch violet husk den zum violette farbstoff machen ok wie viel sporen hast du gesagt vier habe ich jetzt hier noch gefunden ok das reicht nicht ok ich packe die sporen auf jeden fall mal in die crafting truhe und die hornissen stachel auch neben die barren und dann darunter die stachel und das ohr hier den speer kann ich hier rausnehmen das kupfer die kupferschwert und das holzschwert das zerlege ich mal das ist emil das lasse ich mal noch hier ich schaue mal noch was ich aus eisenbauen herstellen kann aber wahrscheinlich gar nichts sinnvolles ich hab dir mal die truhe freigelassen sonst mal da die weinrebe pack ich noch rein achtung auch da dazu in die gleiche reihe unter den hornissen stachel und unter den sporen so So, wenn wir den Boss killen würden, würde der auch Dämonit droppen. Okay. Ich habe noch irgendwie Tagesblumen und so einen Kack. Ich habe noch Bäume. Was mache ich eigentlich mit den Linsen? Wo packe ich denn die hin? Mit denen könnten wir wieder so ein Auge herstellen, das das Riesenauge ruft. Ah, ich habe mal drei Linsen. Ich packe das auch in die gleiche Truhe mit den Ärzten. Okay. Weil es ja ein Ärzte ist. Ja, aber Crafting, sinnvolles Crafting Zeugs nenne ich es jetzt mal. Die normale Peitsche kann ich jetzt eigentlich raustun, oder? Eigentlich schon. Ich packe die mal in die goldene Truhe hier. Die könnte man eventuell nochmal brauchen. Schlickblock. Das glaube ich braucht kein Mensch. So, jetzt schaue ich nochmal. Let your moves quickly in... äh, wala. Swiftly in liquids. Okay. Flipper Potion. Naja. Mining Potion. Increased Mining Speed. Ja. Kann ich irgendwann mal nutzen. Ich habe noch Mondglanz und Leuchtstäbe. Okay. Mondglanz. Sieht wie irgendwie nach Alchemie aus. Okay. Was könnte ich denn aus Eisen herstellen? Ach. Wann bauen wir denn unser Projekt... ähm... Dingens. Kannst du... Zwischenlayer. Ich habe jetzt gleich die Statuen. Okay. Gut. Dann hatten wir den gleichen Gedanken. Ja. Falls ihr euch jetzt fragt, was damit gemeint ist. Lasst euch überraschen. Wir hoffen, es wird cool aussehen. Und es wird so funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Ähm... Ja. Mal schauen. Hast du noch Steine? Ähm... Nein. Nur 716. Soll ich dir die mal geben. Viel brauche ich nicht mehr. Ja, denn... Also es reicht. Einen Teil hätte ich dann gern wieder. Wobei ich kann auch Matschblöcke dann zum... Äh... Aufbauen nehmen, falls ich das mal brauche. Habe ich ja noch ein paar. Irgendwie so... 2000 Stück. Ja, ich glaube mit Eisen können wir irgendwie... Soll ich... Ich könnte so einen Kochtopf bauen oder sowas. Oder einen Mülleimer. Was ist eigentlich ein Glaskiln? Das ist irgendein... Ähm... Kannst du irgendwas herstellen damit? Ein Glas was? Ein Glaskiln. Also... Used for Special Crafting. Ich baue den mal. Braucht Eisen und Fackeln. Ah, das ist so eine Art Ofen. Aber was man da jetzt herstellen kann... Ich sehe nichts Spezielles. Zumindest nicht mit dem Zeug, das ich jetzt im Etat habe. Ja, ich habe auch nichts im Etat. Muss man auch sagen. Ja, das hat jetzt eh den größten Teil unserer Eisenbahn gebraucht. Aber ich glaube, das können wir vielleicht nochmal für irgendwas gebrauchen. Ah, er fängt schon an. Ihr könnt vielleicht erraten, was es wird. Genau. Es wird ein schöner Schriftzug. Und zwar... Und zwar... Wie man es unschwer erkennen kann. Unser... YouTube-Kanal-Name. Hm. Ich würde es gerne beleuchten, so wie eine Neonschrift. Ja, das wäre cool. Wir könnten noch Fackeln irgendwo hinpacken. Warte, lass mich mal... ...kurz in meine kleine Trickkiste greifen. Was ist, wenn ich... ...da so Fackeln hinbauen würde? Ich habe eine andere Idee. Wir wollten da ja einen Zwischenlayer machen. Das heißt, du hast eigentlich eins zu früh begonnen. Somit kannst du es schon mal abreißen. Oh. Ich wollte es so oder so abreißen. Was wolltest du? Ich wollte es so oder so abreißen. Okay. Wieso? Einfach so? Wenn ich noch einen Abstand dazwischen machen will. Und dann Leuchtgeräte? Genau. Leuchtgeräte. Ja, the fuck. So meinst du? Ja, genau. Die Frage ist, ob das... Ja, ja, genau. Probieren wir mal so, wie das hinkommt. Oh, das sieht, glaube ich, edel aus. Ähm, warte mal. Kann ich da Holzklappen hinbauen? Kannst du da dann noch draufbauen? Warte mal. Weil eigentlich will ich da dann ja hoch. So, kannst du da jetzt draufbauen? Ja, sehr nice. Weil dann können wir hier dann weiter hoch. Und ich hätte mir gedacht, dass wir... So, unfähig hier. Hier dann irgendwie... Entweder direkt so. Oder eins mehr. Der Käse an der Sache ist jetzt... Du musst es noch mal abreißen. Warum? Es ist nicht mittig. Jetzt ist die gute Frage. Wie weit musst du es rüberpacken, dass es mittig ist? Ja, also. Wir haben... Wir haben sechs Felder. Drei weiter. Ja. Drei weiter. Genau. Warte, ich helfe dir mal. Also, ich starte bei... Mit drei Luft. Warte, ich helfe dir mal. Ja. Ah, das Emmy sieht komisch aus. Ja. War ich verwirrt? Ja. So. Und so. Ja. Gefällt mir. Aber richtig. Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.